Was ist die Behandlung? Anders trifft das nicht, es war vollkommen anders. Die Behandlung, ich bin gestern operiert worden und bin heute Morgen aufgewacht und war ein zufriedener, glücklicher Mensch. Ohne Witz, ich habe nichts gemerkt. Ich fühle mich hier unglaublich gut aufgehoben, habe so viel Kompetenz erlebt in unterschiedlichen Disziplinen. Das ist für mich so richtig ein, wenn, dann geht man nach Denton, muss man nie hingehen. Also was anderes kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.